Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des 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 ZDF für funk, 2017 Er hat Modric mit ihm. Und typisch von Fedi Valverde. Happy to give the... Vertonghen. Sonne jetzt. Allee to the left. Sonne. On a mission to go alone. This is sensational! The very good ballon of Neymar and the 40th but maybe in 2019 for Kylian Mbappé. It's amazing. One against a tag. On the counter attack. It's Rashford. 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 On the outside. Off the coast again. Well Manchester United coming so, so close. The goal is so. Then he goes for the first time. Super Solo. And that's the goal. Get the chance. 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 Kukureo going down off the ball. Oh, and there's some of the skill of Jao Felix with the nutmeg and the continuing the run. Now he's sparking into life. And he continues into the penalty area. Goes down. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. But Chelsea have got a counter on here. And Abram's got options left and right. Or he could go it alone. Tammy Abram. William to his right. Mount to his left. This is William. Heavy touch. Abraham though. And that's 2-1 Chelsea. 2-0. In the Premier League. Now Aaron Roy. Nadeva is against Brighton. Ducure. On the right side. Troy Deeney. Ducure. Same goal! Oh! The match is about to repair. It's left some space. Here's there. With Neibar, who is to accelerate the centre towards the second. Kabbalist! Colai. Colai, you guys are stronger. He's next to Colai! Oh, no! Brilliant from Pulisic once more. Could be in here, Pulisic. Oh, no, 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 no! Wow, that's for Walker. Walker, oh, that's the winner for Manchester City. The winner of Issardioff. Bale with the sprint, he's got the pace. Look at Gareth Bale go. He gained about five yards there. Look at Bale's sprint there. Look at him go. Das ist absolut... Jetzt kannst du ganz berühmt werden. Der Fuß von Robertson ist dran. Und Robertson einmal gegen alle. Und jetzt haben wir doch noch mal den einen Konzer. Klares Foul. Das Zweikart, das denke ich, ist die Quintessenz. Hoppla! PP, eins gegen eins Situation. Das war der Zeit, zu spielen. Ich habe das nicht gewusst. Aber ich habe das nicht gewusst. Das war der Wendler. Der Wendler. Der Wendler. Das sind die Stattbewerke. Auf der Bühne. Die Stattbewerke. Die Stattbewerke vor Beginn dieser Saison. Sie haben jetzt über 4 Empowern. In 8, in 9 gesessen. Sie sind weit von der Bekämpfung aus dem Saison. Das ist die Bühne. Sie sind auf der Bühne mit Cristiano Ronaldo. Wie ein Trick das ist. Sie sind lauf aus der Hussan. 1 für Vardy und jetzt ruf Jamie Vardy, Jamie Vardy, das ist doch! Dann wäre der Raum da. Der Raum hinter der Abwehr auf alle Fälle. Mit der Liverpool, Henderson. Jetzt sind der Arnold zu 0. Der Raum hinter der Abwehr.